Coraline Jones träumte von einer besseren Welt. Einer Welt, die aufregender war als diese. Aber sie hätte sich niemals erträumt, dass sie diese Welt in ihrem eigenen Zuhause finden würde. Eine parallele Welt. Wir haben auf dich gewartet, Coraline. In der Eltern immer gut gelaunt sind. Ist das ein schöner Garten! Wow, das hast du gemacht! In der alles so perfekt ist. Wow. Was geht ab, Baby? Dass sie einfach nicht echt sein kann. Ma? Du kommst gerade rechtzeitig zum Abendessen, Schatz. Du bist nicht meine Mutter. Meine Mutter hat keine Knöp-Knöp-Knöpfe. Gefallen sie dir? Ich bin deine andere Mutter, Dummerchen. Du denkst vermutlich, dein Traum wäre wahr geworden. Mein Name! Aber du irrst dich. Es gefällt dir doch hier, oder, Coraline? Du könntest für immer bleiben. Es gibt nur eine winzig kleine Sache, die du tun musst. Schwarz ist Familientradition. Sie hat diese Welt, wo alles besser ist. Aber es ist eine Falle. Du darfst wieder rauskommen, wenn du gelernt hast, eine liebevolle Tochter zu sein. Henry Selleck, der Regisseur von Nightmare Before Christmas, zeigt uns eine außerordentlich fantasievolle Welt. Voller gruseliger Geheimnisse. Wer bist du? Du bist ein furchtbarer Gefahr-Klang. Und wagemutiger Entdeckungen. Ich muss meine Eltern finden, um sie zu befreien. Wenn das Abenteuer anklopft, gibt es einige Türen, die niemals geöffnet werden sollten. Ich hab keine Ahnung! Coraline, Drehbuch und Regie von Henry Selleck. 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 Vielen Dank.